Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Guten Abend mit Johanna Heydrich und Donut Berger-Tépré! Guten Abend miteinander. Sowohl in der Musik wie auch im Sport spricht man von Spielen. Und wenn man anfängt zu spielen, ist vor allem das Spielen. Später wird es ein Proben, ein Aufführen, ein Performen, Leistung abliefern. Aber es bleibt eine Freude mit anderen zu spielen, mit Teamkollegen oder Bandmitgliedern auszuprobieren und zu entdecken. Als Band zusammenzuwachsen und die Vibes an die Zuschauer transportieren können, das braucht viel Geduld, Zeit, Energie und Mut. Aber das lohnt sich. Heute Abend für die drei Bands. Nominiert für die Kategorie Best Group 2018, Sie. Nominiert für die drei Bands. Wie? Tja, 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 Tja. Hier müssen wir jetzt. Tja, Tja. Tja, 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 Tja. Tja, Tja. Schattenboxen gegen zwei.